In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Eigenwerte einer Matrix bestimmen kann, und zwar mit Hilfe des charakteristischen Polynoms. Bevor wir gleich zu den Beispielaufgaben gehen, will ich euch zuerst kurz das Lösungsschema präsentieren. Die besteht aus ganzer zwei Schritte. Erster Schritt wäre, das charakteristische Polynom, ich nenne es jetzt P von Lambda, zu bestimmen. Dies kriegen wir hin mit folgenden Ansatz. Also, P von Lambda ist gleich der Terminante aus einer Matrix A, für dem wir natürlich auch die Eigenwerte bestimmen wollen, minus Lambda mal E, wobei E die Einheitsmatrix ist. Zweitens, die Nullstellen dieses Polynoms sind genau die gesuchten Eigenwerte. Deshalb nehmen wir dieses Polynom und setzen es gleich 0. Das klingt zwar einfach, ist aber wegen der Berechnung dieser Terminante häufig mit ein bisschen Rechnaufwand verbunden. Und einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Für die Bestimmung der Nullstellen werden die üblichen Verfahren wie Satz vom Nullprodukt, Substitution oder Polynomdivision benutzt. Und wenn dieser Polynom tatsächlich auch sehr einfach ist, kann man natürlich auch die ABC-Formel oder BQ-Formel oder Satz vom Vierter nehmen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dieses Lösungsschema auf eine kleine 2x2-Matrix anzuwenden. Die Aufgabenstellung wählt von uns das charakterische Polynom und die Eigenwerte dieser Matrix A, die links gegeben ist. Zur Erinnerung, für den Anfang müssen wir eine neue Matrix bilden in Abhängigkeit von diesem Lambda. Ansatz habe ich hingeschrieben, A-Lambda mal E. Dies schreiben wir jetzt auch ausführlich hin. Also zuerst kommt unsere Matrix A, die wir links schon stehen haben, also 1, 3, 0, 2. Und dann entsprechend Minus Lambda mal die Einheitsmatrix für eine 2x2-Matrix sieht dann so aus, 1, 0, 0 und 1. Und jetzt fassen wir das Ganze zusammen. Zuerst müsste man Lambda mit jedem Element in dieser zweiten Matrix multiplizieren. Also das heißt für uns A wird übernommen. Und die hintere Matrix sieht dann so aus, Lambda, 0, 0 und Lambda. Und jetzt können wir das Ganze zusammenfassen. Entsprechend haben wir dann am Ende 1-Lambda. Dann 3-0 sind 3. Unten 0-0 ist 0. Und 2-Lambda sind natürlich 2-Lambda. Also das wäre die neue Matrix in Abhängigkeit von Lambda. Als nächstes müssen wir natürlich die Determinante dieser neuen Matrix bestimmen. Das kann man so durch zwei betragsähnliche Striche darstellen. Also 1-Lambda. Dann 3, 0 und 2-Lambda. Und zur Erinnerung, die Determinante einer 2x2-Matrix ist eine sehr einfache Geschichte. Man multipliziert einfach überkreuzt die Elemente der Matrix und zieht sie voneinander ab. Das heißt, das mal das minus das mal das. Für uns bedeutet das einfach 1-Lambda mal 2-Lambda minus. Und 0 mal 3 ergibt natürlich 0. Also wenn wir das Ganze zusammenfassen, ist das jetzt unser charakterischer Polynom. Ich nenne es auch p vom Lambda. Und er lautet dann einfach nur 1-Lambda mal 2-Lambda. Das war der erste Schritt unserer Lösungsschema. Im zweiten Schritt nehmen wir einfach diesen Polynom und setzen es gleich 0. Und das mache ich auch hier an der Seite. Also 1-Lambda mal 2-Lambda ist gleich 0. Und am schnellsten lösen wir diese Gleichung mit diesem Satz vom Nullprodukt. Das heißt, wir haben hier ein Produkt, was 0 ergibt. Deshalb können wir annehmen, dass entweder dieser Term 0 wird oder dieser Term 0 wird. Entsprechend haben wir dann 1-Lambda ist gleich 0. Oder 2-Lambda ist gleich 0. Und wenn wir jetzt dieser Term ein bisschen umformen, dann haben wir als erster Eigenwert Lambda 1 ist 1. Und als zweiter Eigenwert Lambda 2 ist gleich 2. Wie ihr bereits gesehen habt, ist dieses Verfahren mit einer 2x2-Matrix eigentlich entspannt. Allerdings ist eine 3x3-Matrix realistischer als Prüfungsaufgabe. Deshalb schauen wir uns jetzt noch die Aufgabe 2 an. An der Aufgabenstellung hat sich gar nichts geändert. Nur die Matrix ist ein bisschen größer geworden. Für den Anfang bilden wir natürlich wieder diese neue Matrix in Abhängigkeit von Lambda. Also, hier ist Matrix A. Dann kommt minus Lambda mal die passende Einheitsmatrix von der 3x3-Matrix. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen, sieht die neue Matrix so aus. Für diese Matrix wollen wir jetzt entsprechend die Determinante ausrechnen. Und ich werde dafür den klassischen Weg benutzen. Das bedeutet die Regel von Sarus oder von Sarüs. Dafür schreibe ich die ersten zwei Spalten wieder hinten ab. Und entsprechend haben wir dann 2-Lambda, 1 und minus 2. Und die zweite Spalte lautet dann 1, 2-Lambda und 2. Jetzt am besten mit ein bisschen Farbe. Die ersten drei Diagonalen andeuten, deren Elemente miteinander multipliziert werden. Also, das wäre hier die erste, das sind die Elemente auf der zweiten und die hier auf der dritten Diagonale. Zur Erinnerung, die Elemente auf dieser Diagonalen werden miteinander multipliziert und die einzelnen Ergebnisse dann zusammengezählt. Das heißt, wir haben hier 2-Lambda mal 2-Lambda mal minus 1-Lambda. Das können wir minimal schon zusammenfassen. 2-Lambda taucht zweimal auf, deshalb 2-Lambda ins Quadrat. Und dann mal minus 1 minus Lambda. Dann die zweite Diagonale ist ein bisschen einfacher. 1 mal 2 mal minus 2 sind minus 4. Deshalb einfach plus minus 4. Und auf der letzten Diagonale ebenfalls minus 4, deshalb nochmal plus minus 4. Dann brauchen wir natürlich noch die Nebendiagonalen. Die werde ich jetzt mit der anderen Farbe andeuten. Das wäre die erste Nebendiagonale. Das hier die zweite. Und das hier die dritte. Und die Ergebnisse dieser Multiplikationen werden dann natürlich abgezogen. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Zuerst kommt dann ein Minuszeichen hier an dieser Stelle. Und jetzt multiplizieren wir die Elemente auf der ersten Diagonale. Minus 2 mal 2 minus Lambda mal minus 2. Minus 2 mal minus 2 ergeben dann 4 mal die Klammer. Also 2 minus Lambda. Dann kommt wieder ein Minuszeichen. Dann die nächste Diagonale. 2 mal 2 mal 2 minus Lambda. 2 mal 2 sind ebenfalls 4. Und dann wieder mal 2 minus Lambda. Und die letzte Diagonale kommt auch ein Minus davor. Minus 1 mal minus Lambda mal 1 mal 1. Also dann haben wir nur noch minus 1 minus Lambda. Ja, ihr erkennt schon, dass es einiges zu tun hier ist. Und das machen wir auch gleich. Wir lösen die ganzen Klammer umfassend in dem so weit wie möglich zusammen. Und ich fange an dieser Stelle an mit der binomischen Formel vorne. Das löse ich in der neuen Klammer auf. Und dann haben wir 4 minus 4 Lambda plus Lambda Quadrat. Die zweite Klammer schreibe ich nur ab. Minus 1 minus Lambda. Dann minus 4 minus 4. Kann man schon zusammenfassen als minus 8. Und die nächsten zwei Klammern, beziehungsweise drei Klammern einfach nur auflösen. Dann haben wir minus 8 plus 4 Lambda. Dann nochmal minus 8 plus 4 Lambda. Und am Ende noch plus 1 und plus Lambda. Die vorderen zwei Klammern muss man noch ausmultiplizieren. Zwar mit jedem Term. Ich fange mit der 4 an. Also 4 mal minus 1 sind minus 4. 4 mal minus Lambda sind minus 4 Lambda. Dann minus 4 Lambda mal minus 1 sind plus 4 Lambda. Minus 4 Lambda mal minus Lambda sind plus 4 Lambda ins Quadrat. Und dann haben wir dann noch mit der Lambda hoch 2. Dann haben wir minus Lambda hoch 2 und minus Lambda hoch 3. Dann auf der rechten Seite können wir schon mal die Zahlen als erstes zusammenfassen. Minus 8 minus 8 minus 8 und plus 1 ergibt minus 23. Und die Terme mit Lambda. 4 Lambda plus 4 Lambda plus 1 Lambda sind 9 Lambda. Jetzt am besten nochmal alles nach der höchsten Potenz ordnen beim Zusammenfassen. Deshalb kommt zuerst die minus Lambda hoch 3 hin. Dann haben wir zwei Terme mit Lambda hoch 2. 4 Lambda hoch 2 minus Lambda hoch 2 sind dann entsprechend plus 3 Lambda hoch 2. Dann die Terme mit Lambda. Minus 4 Lambda plus 4 Lambda kürzlich weg. Und es bleibt nur dieser neuen Lambda hinten übrig. Und am Ende noch die Zahlen minus 4 minus 23 sind minus 27. Und das wäre jetzt unser charakteristischer Polynom. Also Schritt 1 wäre erledigt. Und hier ist nochmal sauber dargestellt unser charakteristischer Polynom. Jetzt sind wir bei Schritt 2, wo wir die Nullstellen dieses Polynoms bestimmen müssen. Allerdings, wenn ihr diese Gleichung genauer anschaut, dann merkt ihr, dass keiner der einfachen Verfahren tut. Wir können nicht ausklammern. Das bedeutet, wir können auch nicht Satz vom Nullprodukt anwenden. Und von Substitution ist hier sowieso nicht die Rede. Also bleibt uns nur noch eine Option. Polynom-Division. Um die durchzuführen, braucht ihr allerdings eine Nullstelle des Polynoms. Und diese Nullstelle kann man ganz gezielt durch Probieren herausfinden. Zur Erinnerung, nochmal rechts. Die Nullstelle des Polynoms ist ein Teiler von 27. Also, damit ist gemeint, ihr schaut auf diese letzte Zahl, alleinstehende Zahl des Polynoms, und probiert die Teiler von 27 durch. Ich habe sie jetzt nochmal hier aufgelistet. Also, die Teiler werden dann plus bzw. minus 1, plus minus 3, plus minus 9 und plus minus 27. Natürlich fängt ihr an mit den kleinsten Zahlen. Und das habe ich auch gemacht. Wurde leider bei plus oder minus 1 nicht fündig. Allerdings dann bei 3. Also, hier nochmal die 3 eingesetzt in unser Polynom da oben. Und ihr seht, es kommt tatsächlich am Ende 0 raus. Das bedeutet, eure Nullstelle lautet Lambda gleich 3. Übrigens, das ist auch unser erster Eigenwert. Allerdings brauchen wir die Nullstelle, um die Polynom-Division durchzuführen. Deshalb bilden wir daraus in erster Reihe einen Linearfaktor. Das bedeutet nur, ihr bringt die 3 zu Lambda auf der linken Seite. Und dann habt ihr Lambda minus 3 als Linearfaktor. Entsprechend führen wir jetzt die Polynom-Division durch. Einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, diese Polynom-Division durchzuführen. Eine, wo man auf der linken Seite ständig eine Minusklammer beibehält. Und eine, wo man diese Minusklammer schon auflöst. Ich werde jetzt ohne diese Minusklammer rechnen, weil mich das persönlich ein bisschen stört. Empfehlenswert ist es, den Weg zu nehmen, den ihr bereits kennt. Wenn ihr meinen Lösungsweg nicht kennt, guckt euch das Ganze an. Wer weiß, vielleicht gefällt es euch sogar besser. Egal wie ihr euch entscheidet. Am Anfang müsst ihr minus Lambda hoch 3 durch Lambda teilen. Entsprechend haben wir dann hier minus Lambda hoch 2. Und das wird jetzt mit jedem Term hier in der Klammer rückwärts multipliziert. Und die Ergebnisse mit umgedrehtem Vorzeichen auf der linken Seite geschrieben. Also minus Lambda hoch 2 mal Lambda sind minus Lambda hoch 3. Aber ich löse schon die Minusklammer hier auf und schreibe automatisch plus Lambda hoch 3. Genauso auch wie der minus 3. Minus Lambda hoch 2 mal minus 3 sind 3 Lambda hoch 2. Ich drehe das Vorzeichen um und schreibe minus 3 Lambda hoch 2. Jetzt zählen wir das Ganze zusammen und es ist sogar ein Glücksfall. Alles hebt sich auf. Entsprechend gehen wir weiter, indem wir die nächsten zwei Terme herunterziehen. Also wir haben dann 9 Lambda minus 27. Und jetzt teilen wir 9 Lambda durch Lambda. Entsprechend haben wir dann hier hinten plus 9. Dann 9 mal Lambda sind 9 Lambda. Schreiben tun wir allerdings minus 9 Lambda. Und 9 mal minus 3 sind minus 27. Drehe wieder das Vorzeichen um und schreibe plus 27. Damit ist die Polynom-Division beendet. Und das ist hier was noch übrig ist aus unserem großen Polynom. Dieser Minus Lambda hoch 2 plus 9. Und das müssen wir natürlich nochmal 0 setzen, um die weiteren Nullstellen zu bestimmen. Das mache ich jetzt auch hier an der Seite. Also ich bringe erstmal die 9 rüber mit minus 9. Dann habe ich minus Lambda Quadrat ist gleich minus 9. Dann mal minus 1 oder geteilt durch minus 1. Lambda Quadrat sind dann 9. Und am Ende ziehen wir nur noch die Wurzel. Somit haben wir zwei Lösungen. Lambda 1 ist gleich 3. Und Lambda 2 ist gleich minus 3. So, wenn wir die Lösungen jetzt ein bisschen miteinander vergleichen, dann merken wir, Lambda gleich 3 hatten wir schon. Das bedeutet, das ist eine doppelte Lösung. Das bedeutet für uns, wir haben nur zwei verschiedene Eigenwerte. 3 und minus 3. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Die Eigenwerte werden in erster Reihe dafür benutzt, Eigenvektoren und Eigenräume zu bestimmen. Dafür müsst ihr natürlich in der Lage sein, auch eine Determinante zu bestimmen. Oder im Notfall, wie bereits gesehen, auch eine Polynom-Division durchzuführen. Außerdem sind vielleicht noch von Interesse symmetrische, schiefsymmetrische oder orthogonale Matrizen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.